Ich habe eine Lücke! Und fallen hier nicht zurück! Ich mache es platt! Alter, hat der Division Agent getroffen. Lasst dich locker! Ich mache es platt! Wir haben ihn getötet! Treib dich! Es geht los! Ich habe die Treppe! Vorsicht vor dem Ding! So! Hast du Evolve? Ich glaube, ja. Ich glaube, Evolve hatte ich tatsächlich mal. Schon ein bisschen her. Ich war bei der Beta mal dabei. Ist aber auch schon wieder ein bisschen her. Evolve hat mich aber nicht so gefesselt. Ich glaube, der Gönner, der war da viel mehr dabei. Einsatzzieldaten wurden aktualisiert. Hä? Huuuuh! Es wurden Gegner entdeckt. Jason? Wo bist du? Okay, okay, okay. Okay, okay. So, auf und auf vorne. Kann ich kurz mal auf den Kanal irgendwas gehen? Ja, also wir machen ja normalerweise immer so kleine Party-Raids bei irgendjemandem am Ende vom Stream. Gucken wir mal, ob wir es heute wieder machen. Ich weiß es nicht. Normalerweise machen wir das immer so ab 100 Leuten. Aber das ist immer so just for fun. Es muss irgendjemanden treffen, der gar nicht planbar ist. Wisst ihr? Es macht nur dann Spaß, wenn derjenige wirklich überhaupt keine Ahnung hat. Hm, 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 hm. Okay, sehr nice. Wer der Gegner? Oh, ich brauch des Weakly. Wow. Nein. Shit. Ich hab's nicht mehr geschafft, wegzuhüpfen. Ah, diese blöden Weakly. Ich hasse Sniper. Na also, jetzt haben wir ihn endlich. Huuu. Okay. Okay. Blutende Wunde abwarten. Okay, ich will da aber mal reingucken. Ja, das war jetzt irgendwie klar, oder? Oh, das wird heiß hier. Oh ne, das ist voll die blöde Position hier. Nein, 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 nein. So, fein. Was sagt er? Ist aber nicht nett. Boah, ist das heftig hier. Ja. Was sagt er? Das ist alles! Ja, ich bin ein Vorrat. Das war's. Oh, das ist gut. Das ist gut. So. No! Shit! Dankeschön! Und weiter geht's. Ich bin gerade echt still, ich weiß. Wow. Treffer versenkt, würde ich sagen. Dankeschön. Warum fand ich das? Es wird heiß. Ich zieh ihn nicht. Wow, 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 wow. Oh, verdammt. Grayson, pass auf, pass auf, pass auf, pass auf. Ich treff den nicht. Trifft der mich? Oh! Wo ist er denn? Da hinten. Schützt eure Augen, Leute. Nice. No, geil. Da ist der nächste. Oh, ne Pistole, ne neue. Okay, Agent, mal sehen, was sie mir da bringen. Ich schätze, mit den Daten sind wir besser vorbereitet, egal, was die Rikers aushacken. Lass den nicht flankieren. Guter Tipp. Definitiv. Taktische Maske. Und ein Untergrundbehälter. Nice. So. Da haben wir jetzt ordentlich was, ordentlich was mitgehen lassen, so. Müssen wir gleich mal angucken. Gleich mal reinchecken. So. Nice, Grayson. Das war eine harte Mission, aber eine coole. Mindestens. So, was haben wir denn hier jetzt? Nochmal mehr S... Schaden. Da finde ich aber unsere... Unser Set-Gegenstand irgendwie cooler. What? Haben wir auf jeden Fall mehr Ausdauer und mehr Leben. Überall verlieren wir ein bisschen SPS. Das tut mir aber jetzt gerade ehrlich gesagt gar nicht weh, wenn wir die Fähigkeitenstärke dafür noch ein bisschen hochziehen und vor allem unsere Zähigkeit halt fast verdoppeln, ne? Machen wir. Dann klemmen wir das einfach hier nochmal mit rein. Warte mal ganz kurz. Ich hab doch den Rucksack gerade angezogen, oder? Okay. So. Zwergenliebe. Da kommen! Geil, vielen Dank! So, checken wir mal. What? Nächste Rüstung. Verlieren wir halt auch ganz schön viel dadurch, aber gewinnen halt auch umso mehr. So, machen wir hier das wieder rein. Das behalten wir nicht. Das kommt weg. So, die Blind-Sets, die will ich halt nach Möglichkeit irgendwie durchkriegen. Och, das bleibt heute bei Division, glaube ich. Ne? So ganz gemütlich. Und jetzt können wir die Waffe auch mal leer machen. Dann können wir nämlich die hier nehmen. Bling, bling! Natürlich in irgendeiner Form von Rotmuster drauf, weißt du? 38, 36, machen wir das hier. Neuen Magazin, haben wir sogar noch eine Kugel mehr im Lauf. 39, klar. Okay. So, das bringt uns jetzt auch mal ein bisschen nach oben. Aber irgendwie gefällt mir unsere Waffe noch nicht. Unsere erste und zweite Waffe gefällt mir beides noch nicht. herausfordernd. Okay, hochrangig. Ne, wir bleiben bei schwer vielleicht. Jason? 800 Schuss. Das hat jetzt ordentlich gezunden. Weiß gar nicht, wie viel davon übrig geblieben ist, aber... Da ging einiges raus. Test! Amboss, grüße dich! So, schauen wir mal. So, ich würde sagen... Eine Person hier wollte einem Tumult in dem Tunnel nachgehen und meldet sich nicht mehr. Das gefällt mir nicht. Sehen Sie doch mal, ob Sie was finden können. Okay, pass auf. Wir machen das jetzt folgendermaßen. Wir machen jetzt noch die eine Mission hier. Und dann gucken wir mal, wo die Reise hingeht. Ob wir da noch eine machen, entscheidet ihr. Was, ein Verwundeten? Holen Sie dieses blöde Ding. So. Oh. 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 Oh! Oh! Haben wir irgendwas gekriegt? Nee. Ich hätte nichts verlegen, wir immer wieder weiter haben. Sau gern. Schade, hier ist nix. Boah, Gas oder sowas machen die hier. Schade, hier ist nix.